hallo liebe community ich grüße euch und will euch einen kanal ans herz legen und zwar den kanal von dem lieben dead sick hg gaming von unserem daddy und zwar wollen wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen was er so viele spiele auf seinem kanal hat ich habe jetzt nicht alle rausgepickt aber ein paar hauptsächliche spiele die er hauptsächlich auch streamt und let's playt und ich hoffe es gefällt euch und ihr schaut auf jeden fall mal bei ihm vorbei ihr werdet es nicht bereuen und er wird sich über ein like und ein abo freuen bestimmt den link setzt sich unten in die video beschreibung genauso wie die kanal info beziehungsweise könnte sie auch auf seiner seite nachschauen so los geht's mit mad max sehr aktuell und wird natürlich hauptsächlich gestreamt nicht let's play sondern wirklich gestreamt und er gibt immer alles sieht man auch hier an den szenen wirklich also da sind fast immer nur so ballast szenen oder kampf szenen drin also man kann wirklich nicht sagen dass man nichts sieht und der ist dann voll in seinem element einfach ein spiel was er auf jeden fall gerne spielt so dann habe ich noch einen bosskampf mit reingenommen der ist auch wirklich sehr interessant also man merkt eigentlich richtig dass der das gerne spielt mad max er spielt halt das worauf er lust hat dann ist es halt mal weiß ich nicht mehrfach hintereinander mad max kann es sein dann kann es mehrfach hintereinander was anderes sein also das ist je nachdem aber es ist bei mir genauso worauf ich lust habe wird gestreamt und alles andere steht dann erstmal hinten an assassin's creed origins natürlich eines der liebsten spiele von der die wird auch hauptsächlich gestreamt zwischendurch war jetzt mal ein let's play glaube ich davon gekommen aber das ist so komplex das spiel also da bleibt man wirklich dran er hat auch schon zig streams damit gemacht mit assassin's creed origins ähm einfach ein klasse spiel er spielt auch wunderbar also kann man nicht sagen der kampf gegen den boss war etwas mühsam gewesen da war ich selber noch mal bei ähm der hätte schon alleine eine viertelstunde gefüllt von dem video äh deswegen habe ich es halt zusammengeschnitten da er ja ein absoluter action mann ist darf natürlich ghost ricken nicht fehlen muss einfach dabei sein er spielt mit mir zusammen zuletzt haben wir es auch mit seinem neffen noch zu dritt gespielt und ja es macht einfach fun das macht laune man kann einfach mal durch die gegend ballern durch die gegend fahren also äh ist einfach klasse gemacht und ja wenn man mal schlechte laune hat einfach reingehen und sich die gegend ballern ist so ne typisch und gut für daddy dann haben wir red dead redemption auch ein älteres spiel schon äh let's plays hat er gemacht davon ähm ein spezielles spiel das wie man sieht im wilden westen stattfindet und ähm auch wieder ein bisschen kontrast ist zu dem rest irgendwo ähneln sich die spiele eh alle aber ähm ist auf jeden fall mal was anderes ist auch sehr interessant da geht natürlich auch wieder der punk ab bei daddy geht immer der punk ab da verpasst er da hat man wirklich gar keine lange weile und man verpasst auch nichts wenn man bei dem auf dem kanal ist vor allen dingen als österreicher so und far cry 5 ist natürlich das absolute highlight ja ist ja auch noch relativ neu das spiel er hat schon gott weiß wie viele let's plays gemacht jeden tag kommt eine neue folge hoch also wen es interessiert auf jeden fall reinschauen ähm lohnt sich auf jeden fall also er ist wirklich äh was action anbelangt echt der könig ich könnte nicht ähm leute schaut einfach bei ihm rein schaut bei ihm vorbei kostet nix ist umsonst und ich würde sagen ihr werdet es nicht bereuen und äh lasst ein like da oder ein abo oder aktiviert die glocke irgendwas auf jeden fall es wird uns freuen ne es freut uns alle uns kleine youtuber und ich hoffe ich konnte mit den äh spielen und mit den szenen ein bisschen euch näher bringen was bei der die auf dem kanal auf euch wartet und hoffe der ein oder andere schaut bei ihm vorbei ähm ihr könnt natürlich auch bei mir gerne ein like und ein abo da lassen da freue ich mich auch natürlich sehr drüber aber ähm den kanal wollte ich euch auf jeden fall vorstellen es werden wahrscheinlich noch kanalvorstellungen folgen aber ähm mit der zeit halt eben irgendwann alles gut eure svenis raus bye bye ciao ciao viel spaß beim schauen vielen dank und bis bald und so wir jetzt wir ось Vielen Dank.